Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Tipps und Tricks Video von FarmTogether. Wir spielen Flachland-Map auf dem PC. Heute schauen wir uns die Marketingagentur ein bisschen genauer an. Die gibt es jetzt schon eine Weile. Ich habe dazu damals ein Video gemacht aus, die sozusagen erschienen ist auf der Farm, aber nicht natürlich so ausführlich. Und dennoch stellen sich immer und immer wieder so ein paar Fragen zu dieser Marketingagentur, wie die genau funktioniert. Bei der Marketingagentur handelt es sich um ein sehr spezielles Gebäude, mit dem könnt ihr zusätzliche Quests im Gegenzug, also gegen Medaillen wie kaufen, also freischalten. Ihr zahlt eine Medaille und kriegt dann eine weitere Quest. Die Marketingagentur wird bei Farm Level 1 entsperrt, kostet aber 20 Medaillen bei der Anschaffung und ihr könnt auch immer nur eine Stellen auf der Farm. Ihr könnt mit dieser Agentur bis zu drei zusätzliche Quests annehmen, also gleichzeitig annehmen, wodurch dann eigentlich die maximale Queststufen, also Quests, die ihr annehmen könnt auf der Farm, sich auf sieben erhöht. Die Marketingagentur bietet dann vier Arten von Quests an und die Quests reichen von sehr kurz bis sehr lang, abhängig von der Spieldauer. Also die so große Quests, mittlere Quests etc. Die schwierigeren Quests dauern eben länger, bieten aber natürlich im Vergleich zu den kurzen und mittleren viel bessere Belohnungen und natürlich dann auch umgekehrt. Nach Abschluss hier der Quest könnt ihr dann mit dem festgelegten Betrag von der Belohnung, also Belohnung Diamanten und Medaillen und ein bisschen XP bekommen, je nachdem eben was ihr genau dann ausgewählt habt. Es gibt die sehr kurze Quest, die gibt euch 40 Dias, 4 bis 8 Medaillen und um die 2800 XP. Die kurze Quest gibt 80 Diamanten, 8 bis 16 Medaillen und 6300 XP. Die mittlere, 120 Diamanten, 12 bis 24 Medaillen und 13.280 XP. Die lange Quests, die mache ich eigentlich immer, gibt 200 Diamanten und jetzt hört zu, 20 bis 40 Medaillen und zwischen 10.800 bis 11.300 XP. Also das lohnt sich, dieses Gebäude so schnell wie möglich hinstellen. Okay, die großen Quests müsst ihr natürlich auch schauen. Also ich spreche jetzt auch so ein bisschen, wenn ihr die Farben schon größer habt. Die sind dann wirklich ziemlich groß, die können dann dauern. Ist aber auch zu schaffen mit kleineren Farben, geht dann länger. Das ist natürlich schon die Frage, nehmt ihr dann lieber vielleicht eine sehr kurze oder kurze an, um mehrere abzuschliessen und so auch an Medaillen zu kommen. Und dann erst später wirklich die langen, wenn es dann heißt, ihr müsst 400 Schafe ernten. Das ist dann für eine kleine Farbe natürlich schon eine gigantische Aufgabe. Aber das ist eigentlich Schluss, wenn das zu der Marketingagentur. Ich finde die echt gut. Also ich habe da immer eigentlich Quests zum Laufen. Die lohnt sich extrem. Also für jeden Spieler zu empfehlen. Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe auch so ein paar Fragen beantworten zu können, die da regelmäßig kommen. Einsteiger natürlich auch in der Hilfestellung. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Lasst doch ein Abo da, ein Like, wenn es euch gefallen hat. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von Farmtogether und natürlich auch keinen Livestream mehr. Ich werde spontan streamen. Zwei bis dreimal die Woche habe ich mir vorgenommen von der Playstation auf der Community Farm, wo wir dann weiterspielen werden gemeinsam. Die Zeiten und natürlich auch die Tage. Ich werde das über Twitter euch mitteilen, wenn ich sage, okay, heute Nachmittag zum Beispiel 15 Uhr gibt es einen kleineren Stream, wenn ihr da mitspielen möchtet. Also lohnt es sich, über Twitter mir zu folgen. Es reicht aber natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt. Ich kann über YouTube euch Nachrichten zukommen lassen, wo ich dann kurz ansage, jetzt heute geht's los oder morgen, wie auch immer. Hat mich gefreut, wart ihr wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.